Ich guckte auch gerade alles ab, Alter. So. Ah, ich bin da genau auf der selben Stelle. Ist ja perfekt. Okay, dann haben wir ja nichts verloren. Yo, Jungs, Alter. Yo, einfach drauf, Daniel. Alles klar, ich fall einfach mal einen Kilometer drunter. Das ist ein Problem, Leute. Wir haben alles geplant. Ihr wisst es, es ist alles behindert. Jetzt bin ich auch nicht mehr gekindled. Ah, fuck, Alter. Jetzt hab ich ein Problem, jetzt muss ich da unten lang gehen, ne? Ach, Mann, ey. Dein Arsch. Bär des Lofre, go with. Du bist so weit? Ja. Pose. Alles gelastet, Daniel. Oh mein Gott, Digga! Schwede Stehe den Okay, Dani Wie viele sind denn hier? Warte mal, die Box ist kaputt Wo sind meine Sehnen? Meine Sehnen sind oben, da ist das schon ernst gerade Ja, zu Oh mein Gott, die sind oben Oh mein Gott... Ah, ich soll es nicht wissen, komm mal Loooo Okay, 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 okay So, und nochmal, weil wir es verkackt haben. Stachelpeitsch am Start. Ich brauche mehr Ausdauer, glaube ich, ja. Ich sehe meine Seh'n nicht nur. Ich sehe sie einfach nicht. Die Seh'n nicht mehr, sind wir sicher. Fick dich, Alter, mein Freund wird dich vergewandt. Jetzt treffen sie mich wieder an. Na, das ist so geil. Ich hab diese verkackten Wäume an mir, ne? Ich fick euch, Alter, Alter. Wie schießt du da eigentlich, Alter? Oh, jetzt hast du mal alles morgen gefickt, Alter. Fack, Alter. Ich hab dich, Alter. Ich hab dich, Alter. Ich hab dich, Alter. Oh, schüt. So, sehr gut. Ah, das ist so gut, dass man mit den Freundschaften schließt, Alter. So. Hier hab ich jetzt, glaub ich, alles geholt. Jo. Wo bist du denn da, Alter? B. Ja, danke. Echt nicht? Echt nicht? Ja, Alter. So, hab ich hier ein dickes Schild geholt und so. Anti-Fluchschild. Ja, Mann. Anti-Fluchschild und so. Hier, Leiter runter müssen. Hey, du musst doch hier lang gehen. Hier kommst du doch zu den, äh, Riesen, Alter. Okay. Da oben. Wie bist denn da, wie bist denn lang gegangen? Ja, easy, Alter. Äh, in die Kapelle und dann bei diesen Brunnen rechts runter. So, das stimmt nicht. vida encapsulation. iko jetzt. . So, hat man住 drei terminalen? necess Ernst Healthcare in diesem Mittelurch müsst Cosigkeit rausgehen. Nein. Okay, man. Hallo meine Freunde, jeet. Bitte, Alter. Dein Ernst, Alter. Ich muss immer Scheiße zu bewerfen, ey. Verpiss dich. Oh Gott, das wird jetzt richtig abfacken, ne? Die Gegend, ne? Kann ich direkt Neustrom oder was? Ja, Alter. Regeln, Junge, jetzt geht's. Also beim Brunnen. Der Brunnen hier. Dein Maul, Mann. Liebt da noch einen, Alter. Kannst du nicht irgendwas mit dem Brunnen machen, eigentlich? Der Brunnen. Jo, okay. Stopp jetzt mal, du Lücke, Alter. Mein Gott, ey. Guck mal, der läuft mir hinterher. Das ist unfassbar, Alter. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, ist das eine abfackende Scheiße. Ich weiß doch nicht, warum dieser fucking feine Bogen-Typ mit bis zum fucking Spawn kommt. Der Bitch, alter Kopf, ey. Der hat gar nix hier zu suchen. Der war irgendwann im Fenster drinnen. Piss dich, Alter. Übelze nervige Kacke, Alter. Ohne Witz. Wenn Charaktere einfach nicht das machen, wofür sie geboren wurden, ey. Fotzen, ey. Fischt euch, Alter. Fischt euch, Alter. Fischt euch, Alter. Kleine Bitches, Alter. Das ist so lächerlich. Jeder weiss, dass ich da bin. Woher wissen die jetzt schon, dass ich da bin, Alter? Von zehn Kilometern Entfernung. Oh, wo wird der hin? Fiss dich, Alter! Der hat auch schon Bock, Alter! Mein Gott, ey! Fucking hell, Alter! Alter, da oben der Wichser, Alter! Hier ist einfach kein Platz für diese Bitches, Alter! Piss euch, Alter! Guck mal, der kommt auch schon! Der weiß schon Bescheid, Alter! Die ganze Map weiß schon, wo ich bin, Alter! Das ist so krass! Und der weiß schon, was ist denn los? Du hast auch diese Eisdecks gemacht? Nee, noch nicht. Ich bin leider hier oben langgegangen. Ich wollte eigentlich nicht hier oben langgehen, aber... Das hört nicht auf. Alter, da kann ich nicht mal in den Arsch nehmen Du bist doch am Boden gewesen, ne? Ja, und da hat er die drei Wurmfische Äh, ne Quatsch, du musst am Friedhof lang gehen über die Brücke, oder? Voll falsch gesagt Äh Ähm Irgendwie zurück Hat er auch hier So, hab ich jetzt alles gefickt hier? Ja, Mann Okay, alles klar So, bin ich noch gar nicht nachgegeln Gessen, Alter Ja Das ist ein wichtiger Punkt eigentlich Wie viele seid ihr denn? Oh Er spawnt jemand neu, oder? Wo kommen die her, Alter? Lächerlich, Alter Wollen ja mal neu, denk ich, Mann Holy Shit, Alter, lächerlich, das ist Gib mir deine Sklavenaxe, Alter Dallü, äh, Jim Appel Ähm Sind das jetzt schon alle aus dem Loch da gewesen? Ich wüsste, die ganzen Map weiß schon, wo ich bin Junge, move, Alter Fettes Kind, ey Hallö Ach, komm, Alter Hallöö, jemand da? Owha F Так, ich wollte ihn jetzt reuchen Ja Freutig, Alter. Schlag dir schon ab, ey. Du schmach dir, dass die Land gewinnt, Alter. Ey, yo, schlag ich in die Pfanne. Was ist denn hier los, Alter? Digga, was bist du denn für ein Ding? Ja, schmeiß mich nicht. Dein Maul und Verbrenner, Alter, meinen Pappel. Fotze, Alter. Hallo. Hallo. Das waren nicht die von hier oben. Ich glaub's nicht, Alter. Unfassbar, Alter. Als ob die die ganze jetzt neu spawnen, Digga. Das ist ja voll, jetzt. Dein Maul und Verbrenner. Warte durch, Digga. Da. Alter, der dreht sich aber auch echt in die richtige Richtung, ey. Alter, wer bist du denn, Alter? Komm mal hier oben Oh, es sind zwei Natürlich sind es zwei Fangst du dich jetzt mal? Oh, halt dein Maul, man, alter Ja, wie der Metall ist Da hab ich da wohl Was ist denn los, alter, ey? Ist ja richtig auf Druck heute Morgen, morgen, ne neue Anti Okay Leiter runterkicken, keine Ahnung, wo die hinfülle Soll ich jetzt noch gegen den kämpfen? Warte mal Lolilu, lolilu, wo sind die Brandpumben? Jo, dann mach alles falsch Die bringt ja gar nichts, alter Der lässt sich nicht öffnen Die Kamera, alter, die wollte mich auch grad ficken Oh, du siehst krass aus, der Gämpfe Kamera, rückwärts, rückwärts Was passiert hier mit einer Gämpfe Junge, was geht hier ab, Mann? Wenn ich gleich da oben bin, du feilbogen schrochte Sind die alle tot, alter? Das sind alle tot, alter Ah, shit, man, ey Krab, welcher Doppelschwerter Eigentlich cool, aber... Müsse mal ins Stil, bitch Tüten Oha Beruhigen uns jetzt, ja Ist da oben, wenn ich die Tür aufmache, ein Bonfire? Ich hab keine Ahnung Jo, ey, jump einfach runter, denke Alles klar, denke Glaub ich, ein Leitim, was auch noch Energie heilt Ja, so ein großer Segen, oder so ist das Weg, alle wieder runter, denke Blockier doch, wie schlägst du durch, du Fotz, alter Oh, ich heile gerade Wuhu Du musst aber Damage mit deinem Schwert, dinge Hey, dein Wurf ist ja ganz weit Ich könnte doch eigentlich jetzt schnell theoretisch hier reingehen, ne? Bitte, da muss doch ein Bonfire sein, oder? Oha, Digga, was soll das denn finanzieren? Hier ist auch kein Bonfire, ne? Ich wusste es, Alter Es war irgendwo da unten dann Ja, blockiert, hä? Machst du hier, Alter Ich riskiere es einfach, komm, durchlaufen Die kotzt mich an, das weiß ich noch, diese Scheiß-Statue Oh, reich jetzt mit ihr, Dinge Holy Shit Was passiert hier, Alter? Oh, ne Wuhu Shish, boys Riech auch der Pfeil des Zerstörungen Das war nur Spaß, Alter, Hexe Wow, das war nur Spaß, Mann Genau, visiert den an und nicht den neben dir, Alter Das Spiel ist so untadet, Alter Mach ein Abholbegegen, Koffe, kommst du runter, Alter Haha Gefällt dein Kumpan gar nicht, Digga Komm mir runter, kämpf wie echte Männer, Alter Oder was du auch immer bist, Mann Oh, das tut weh, ne Schön Eis vor's den Arsch Ja, genau, hier Gymnastellung, Digga Oh, ja, stimmt, warte mal, hier ist die Abkürzung Und, äh, ja, runter macht's hin Hier Untoten Jäger, Mulle Hier Hier hab ich den runtergeschmissen Hehehe So, das ist ne Falle, Digga Hier kein Noten, Alter Leg mal ne Brandbobbing, Koff, Digga Hopp Ja, also So, ich bin jetzt wieder da Perfekt, dann geh ich mich kurz aufleveln Kommt langsam Bonfire, Alter Jo, chill euch Ja, hast gesehen, da hab ich Geschicklichkeit geskalt, ey Da spring ich über dein Ding, Alter Ja Da war richtig schlecht gerade einer Ich würde mich jetzt eigentlich verarschen, oder? Neuintausend Bauscheln zu kommen Jaaaahhhhhh 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 Uuuuuhhhhhh Wann wird denn eine David online kommen? Drei 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 Klavenachs bekommen Drei Ich sehe euch nicht da oben, oder was? Erstmal Brandbobbing, Koff, Digga Für den Verhalten, Alter Warte, das ist doch ne... Das ist hier ne Sackgasse, ne? Du kämpfst doch dann gegen die Priester und so Und dann ist es vorbei, hier, ne? Jaaahhh Ich glaub, dann mach ich das hier noch zu Ende Da kommt da so nen Streu durch Warte Du wirst Hör auf mich abzuwerfen mit deinem Wichsel, ne? Okay, ich muss jetzt noch Die Kristall-Echse hier machen Sonst ist das äh Nicht finished Und Da unten drumherum gab es auch noch irgendwas Okay, seh ich noch zu Du siehst wie er krass aus, Digga, komm Das ist halt die Sache, was will der hier? Warum kommt der hier? Piss dich, Alter Frei von euch, ja Ah, ihr seid nicht so gut, Digga Erstmal das Baby Hat dein Baby getötet Ich komm dich jetzt gleich auch noch holen, warte Ich muss aber trotzdem gucken, was war noch Guck mal da hinten, da war auch irgendwas Der Weg ist nicht umsonst Denn dieser Weg wird ein übelst leichter sein Ich wicke alles hier weg, du weißt es genau Da ist nämlich noch so ne dreckige Echse, ne? Alter, wie ich die Echsen alle wegficke, ich kann nur noch ein bisschen Ja, Digga Wann kommt die denn scheiß Bonfire, Alter? Äh, Bonfire an sich nicht Du findest ne andere Tür zu der Kapelle der Läuterung Ja sowas halt Naja, da machst du die Augen aufhalten, Alter Ich weiss doch nicht, wo du jetzt gerade bist, aber Schon krass Ich hab schon so ne riesen Tür geöffnet, Digga Ja, okay, das war Lof Junge, dass du mal lebst, Alter Ja, komm, außen nochmal durch die Wand Oh, da hat die X-Abrecht ins Fresslet bekommen Boah, außen rein, Alter Jo, hinten findest du die Echse, Digga Das wird nicht lecker sein, Digga Gegeloot Ja, geil, hat's ja geloot, Digga Hab ich ja nicht hauslich gefunden, Digga Hallo? Zuhause? Oh, da sitzt der Riese Ja, du musst rechts davon Rechts davon? Ja, rechts davon Links davon Da vorne geht so ein Entgang Und da sitzt da so ein E-Kaps-Steimdinger da Ja, guck mal Hallo? Ich will dich gar nicht, ich will gar nicht gegen dich kämpfen, Alter Ich mag dich nicht Und? Du bist ja endlich mal tot, Alter Ekelhaft Fucking Würmer, Alter Ähm, salut Ich bin höflich Oh, wow Was war das denn? Dein Kotz kannst du behalten, dass du immer war, Alter Dann geh ich ja eigentlich genau den richtigen Weg, ne? Wo? Wer bist du? Achso, ich könnte mich eventuell nochmal aufwerten Oh shit, was ist das? Achso, leu, hier steht ja noch einer, Digga Aua, Digga Geht doch gar nix Oh shit Neu, steht ja noch einer, Junge Wo kommt ihr denn, Alter, Alter? Nice, 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 scheiß Der nice ist scheiß Der nice ist scheiß Hallü? Ah, hier links ist ein Aufzug Wohin mit mir dann? Ja, dem Weg folgen, halt, ne? Geht nach unten, Alter, oh Gott Ja, ja, ist richtig Oh Gott Ich sag's mal ne Tür, Digga Dann hab ich safe, halt So, hier, ne? Wie ist denn? Hallo? Ja, was ist das für ne Tür, Digga? Ah, hier ist noch ne Tür Jo, jetzt macht's Sinn, Daniel, ne? Der Maul Ja, man, richtig krass, Alter Geht's in der Kapelle wieder? Ja, bitte nicht, Alter Das ist ein Arschloß, Mann Leg mal bei der Kapelle dein Zeichen, oder so Okay Ja, wir müssen mal gucken, ob das funktioniert Das kann nicht sein Ich glute mich jetzt Ich glute mich jetzt Vor dem weißen Mann Also, vor dem Mann, der hier, ne? Ja Rück, Digga Na, nehm ich mal ne Glut Ich verstehe's auch nicht, Digga Guck mal im Dings, im Stream, da siehst du meine Einstellung Wir suchen Warte, jetzt muss ich auf Wir suchen ein, Median Eingestellt Ja, aber ich hab dasselbe Soll ich mal ohne Passwort machen Hier ist es ja ein offener oder so Geil, ne? Weil das, ich mein, früher war das nicht so kompliziert Der hat früher einfach die Scheiße gelegt, und das weißt du Und das weißt du? Halt so, Digga Versteh's aber auch nicht, Mann Ich schaff das ja irgendwie nicht Leg du mal dein Zeichen, Alter Ja, ich leg's dir an den Anfang Auch hier der Sonne, ne? Hier, wo das glaub ich auch egal ist Der Sonne halt Versteh das nicht, Alter Versteh das auch nicht Ansonsten können wir das Wenn wir das hier erledigt haben Gleich mal ein Sumpf nochmal testen Weil da muss ich ja noch zum Sumpf Und du, wenn du hier fertig bist Kriegst du ja deine Puppe, ne? Die du brauchst Um nach Anderen reinzukommen Ja 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 Das war das, was du nicht gerafft hattest, ne? Aber ich hab's dir extra nicht gesagt, Alter Nein Ich dachte, ich muss halt erstmal die Tänzerin töten Und dann da irgendwie weiter Da kann ich aber auch hier unten direkt lang gehen, ne? Oh, geh ich erst mal hier unten lang? Dein Rufsymbol ist rund So Riese Damage machst du so? Mach ja nicht gut Damage, lieber Ich töte dich mal, Alter Vielleicht jetzt nicht der beste Damage, aber Ich stehe da mal auf, und End Ja, genau Stolp, ich weiß nicht wovon ich da Schaden kriege, aber Ist okay Oha, Alter Super aggressiv, Alter What the fuck Okay, das war nur hier unten Okay, easy Okay, das war nur hier unten Ah, scheiße Ah, Mann, ey Was ist das? Was ist das? 22 Erfahrungspunkte, oder? Ja, Mann Ich brauch nur die ganzen Sachen hinter uns sehen Weil ich n' geiler will Au Yo, der haut halt Yo, Alter Ach, komm, kipp damit, oder, Alter Du's one hit, Alter Alter, Schwede Sag, der Riese ist tot, Alter Aus da rein Hast du den Riesen gekillt, Alter? Wie das denn? Äh Die ganze hab mich geslappt, weißt du? Wenn man mich auskürtet Und zack in deinen Arsch Geleckt, Digga Bist du schon da unten, oder was? Ja, ja Also hier oben Was? Was? Hast du denn ernsthaft getötet, den Riesen, Alter? Ja Lol Ich reichte mir einmal aus, und so Und denk mir so Nee, muss nicht sein Der Kampf gegen den Du bist runtergefallen Und dein Freund zu oben, ne? BAM! Kommt der auch noch runter? Ja Gleich in irgendeine Frau zu der ich beten kann Das Oh, eben friendly Alter Alter, wie viele Stiche Die eigentlich Die steht wieder auf Aber ist nicht mal dieser Dicken Frau glästern, Bonfire? Pallü? Ich glaub hier nicht Oh Gott Du drehst schon alles in der Kapelle der Leute auf Ja, da darf ich aus der Ecke raus? Du warst das Spiel, Alter Du warst das Spiel, Alter Dropst du was? Jo, was macht der? Hier deine Hose Das ist doch Das ist doch Alter Scheiße, ich hasse dich Wo kommst du denn her? So Schauen wir uns mal aus der Ecke da raus Darum so ein Ding, ey Kannst du das abschießen eigentlich? Kommt das dann runter? Perfekt, ja Dankeschön Ja, hier war sonst glaub ich nix mehr, ne? Ich könnte jetzt Nee, ich spring hier nicht runter Ich glaub ich mach das Dem richtigen Wege entsprechend Wie das ein Richtiger Kämpfer macht, ne? Jo 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 Ich schlag gar nicht Oh, hier war doch ne Mimik, oder? Der Erste Ja Ja, wo bist du, Alter? Tritt die Mimik, Alter, da, ne? Perfekt, Alter Bist du wieder zurückgegangen? Äh, nö Weitergegangen Der hohe Mauer ist auch ne Mimik Hohe Mauer Ich war noch nicht mehr da Hohe Mauer von Lovrig Wer kämpft denn hier? Hallü, ich bin da um den Streit zu verhindern Das ist auch saffn Bimik, oder? Rechnen wir mit dem Kack's, wie er da stirbt einfach Okay, Junge Knick, knack, ey Ich hab Bock, Alter Ich hab Bock, let's go, mein Freund Pfff Foliant des Abgrunds Ja Kann ich mal, du kann ich nicht Tritt hat ihn, ne? Äh, alles sind wir cool und so, ne? Alles Aber das wäre eigentlich cool, Mann Erstmal einen Backstab dafür, oder? Okay Aber der Teil hat gar keine Chance gehabt, ey Noch einen Backstab, ne? Er wird immer frischer Uh, das hat weh getan, ne? Okay, warte mal Geradeaus Ach ja, scheine Titanici, aber das war's Das da geradeaus war auch krass, Alter Ich glaub, ich trink mal lieber was dann Und jetzt hier nicht noch Und wieder weg hier Alle Okay, ich bin weg Sind's der Geist von Langfinger Körb, Dinger Bruder, was geht, Alter? Alter, als Willkommengeschön kriegst du das erste Mal, ne? Jo, ey, Paretenstänger Das war alles nur Farsch und ich wusste es immer Du Bastard, Alter Das war vier von Aldrich Was? Er kriegt den Hit und ich nicht, oder? Was? Er kriegt den Hit und ich nicht, oder? Backstab, Alter Backstab, ja Oder wo ist Kirk? Da hinten, okay Da hinten, okay Ja Woher? Was? Ich weiß nicht, mein Name wäre getrennt Ich weiß nicht, hab ich gerade Bock auf den Namen Der Hit Komm Stache Schwert und Stache Schild, Dinger Hast du denn gekillt schon, oder was? Ja Irgendwas hast du, wie overpowered bist du bitte? Overpowered, Dinger, das ist skill, okay Genau, und jetzt kommt der Langfinger-Quirk Und jetzt muss ich so einen kleinen Wichser ankloppt haben, oder was, ja? Ah, Dinger, Sniper-Firebomb, Dinger Hallo, Spaß Ich hab jetzt hier ne Wand hochgemacht Ich weiß nicht, ob das normal ist, Dinger Piss dich, Alter Fickst den Tipp gegen den Kopf, Mann Ja, genau Das ist so lächerlich, Alter, ohne Witze, da krieg ich alles zu, ne? Oh, mein Gott, Dinger Ja, ich kann nix machen Hier ist ein kleiner Unterritter, Dinger Oh, fuck, ey Nix Weißte Ich kann nicht auf den Schrank Er schlägt schneller als ich, das ist unmöglich für mich Boah, hasse ich den, Alter, ey Schwester Seine feige Rüstung, Alter, ey Doch, die nix Bitch, hast du dreimal geschluckt, ne? Da kann sich wieder hier hin He, komm schon, ne Wichser, Alter He, komm schon, ne Wichser, Alter Das ist hier so ruhig, Dinger Ich hab schon den Riesen ge... Jo, bin ich langsam hier drin? Geul! Hey, du fucks, Alter Wem kannst du einmal zuschlagen, was da los? Fick nicht, Alter Komm mit her! Komm her! Ach, der ist nicht tot, natürlich nicht, ey Die haben wieder... Alter Ach, von hier komm ich doch Mann, bin... Da bist du ja auch unten da, beim Riesen Ja, ja, also den Riesen... Da leben noch zwei bei mir Such jetzt mal die... Gab's noch irgendwo ein Bonfire Von der Seite komm ich, Alter Ich lauf immer auf die Falsch... Ach, der ist noch ein Ritter Ja, fall auf, dann auch so kleine, Dinger Die fucken Richard ab, Alter Ja, ich will die grad nicht machen Ich hab nicht so viel Estus mehr Was, die Tür hier? Ja, mach ich einfach auch den Hast du noch einen, Wichser? Boah, Junge, es gibt so viele Riesen-Sklaven, ne? Und... Dun... Dunbonfire? Heutzutage ist die Tür... Auch das ist noch ne Tür Gibt hier noch ne Abkürzung? Ja, Mann, das ist die andere Abkürzung Echt? Hast du die Stahltür aufgemacht, ne? Ja, der hat zwei Stücke jetzt Ja Das ist der... Der Rest davon Heiligen Zweizack Mit Knochen Ja, da ist hier gar keine Abkürzung Aber zwei Türen Ja, ja, aber wohin soll denn die Abkürzung führen die hier? Achso, die andere führt nur da hoch, dieser Aufzug meinst du? Ja, nix Ja, nix Und was laberst du, Alter? Dann bist du blind, Alter Warte Nein, Mann, hieß nichts Wollt er ganz oben Nein, hieß nichts Hier machst du eine große Tür auf, gehst eine große Treppe runter, machst du auch eine Tür auf Auf dem Balkon Aber ich werd grad angerufen, warte mal kurz Warte mal kurz Bin gleich wieder da Ich bin gleich wieder da Ich bin gleich wieder da Warum bier schon immer Vielen Dank. 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 Wir haben... Also... ... ... ... ... ... ... ...... ...... ...... ...... ... ...... ...... ... ... ... ...... ... ... ... ...... ...... ...... ... 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 Da ist ein bisschen zwingend hinter der Hurenzone Das ist echt so keine Ahnung, die sind da vorgesehen Du hast die Zwiebel schon dreimal getroffen Ja, aber da hab ich schon dein Gesicht gesehen Achso Was mach ich jetzt hier? Oh Gott, alle Türen gehen auf Aber ich war das nicht Das ist nur jetzt, wir schieben nur wieder hier oben Mann, Dinger Paul, du Hurenzone, Dinger Aber den Schotter hab ich doch keine Tür öffnet Die Eisen-Tür auf Die Eisen-Tür auf Die Riesen-Tür auf Die Riesen-Tür auf Die Riesen-Tür auf Die Riesen-Tür auf Ich hab keine Riesen-Tür, die Schnauze Daniel, schneller, schneller, schneller Wie viel hat der Riese eigentlich mit Energie an? Was ist das für ein Aufzug, Dicke? Ah, ich bin ich hinter dir? Keine Missgeburt, Dicke. Der Riese ist tot. Fiss. Kann man hier mal den Shit einsammeln, ne? Die Drangrüstung. So, Passwort setzen, dann ist der Level Unterschied egal. Ja, okay, das hatten wir auch gemacht. Ja, ich glaub der Lord, wir können keinen Passwort setzen. Also, wir können's das schon mal machen. Ja, okay. Kannst ja vor dem Bossraum sein. Kannst ja legen. Ich bin jetzt in der Nähe vom Bossraum. Okay. Lass mein Passwort machen wir gerne. Wir machen deinen Einfluss. Ideal. Ja, keine Ahnung, das hat der DET irgendwann ausgesucht. So, ich geh jetzt grade nur mal... Auf der anderen Seite war doch... Passwort... Ähm... Okay. Komm her, Ritter. Mal ein Fall. DS3, Passwort. Ähm... Komm her, Ritter. Mal ein Fall. Naotros... Exiglas. понятно. Aber der wird ja sowas. find ja kein Charme. Der eine ist ja nur am Beten da, das ist doch kein Problem. Hast du das eigentlich mal verbessert? Nee, nicht. Ich kann ja, hieß der Aufzug, das ist doch die... Das ist doch ein Shortcut hier. Ja, da gehst du hoch. Das ist ja ein sehr unnötiger Shortcut, das ist gar kein Shortcut. Das ist kein Shortcut, du musst da irgendwo hingehen. Doch, das war ein Shortcut da oben. Alter, es gibt noch einen Aufzug da irgendwo, der ist unnötig. Ach dieser hier ist das. Warte mal, diese Tür... Das ist gar kein Shortcut, doch das ist ein Shortcut. Jo, entschuldige mal. Der hat das vorgezogen, wir streamen alle. Mein Friedhof ist das doch hier der Eingang. Hallo, Frau Zuckerhoff, da ist dein Foto! Da ist dein Foto! Will dein Foto, ich bin zu Fan dafür, verpiss dich mal. Rauch, du hier riechst ja voll nach Rauch, Alter. Da ist dein Foto! Wie deinem Zähne putzen, ey. Da ist dein Foto! Ach, mein Foto! Boah, wie ist das denn, Alter? Warte mal, wenn ich jetzt einfach da draufgehe, dann triggert das das Video ne? Töne den da einfach direkt! Ja, ne? M-Fat, ich bin der im Co... Der da, ne? Komm, Patches, komm! Oh, der hat zuerst gestochen. Wir sind zu zocker aufeinander! Ah ja! Nein, 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 kein parieren, Scheiß! Ja, okay, ähm... Wir spielen beide auf PC, also das ist auch identisch. Muss man irgendwie... Muss eigentlich vorher das Gebiet oder so abgeschossen werden. Wirst du selber in den Fall, wir haben früher zusammengezockt. Ja genau, das ist das Problem. Jo, der trinkt einfach rein, der Bixer! Wir sind nur ab in die Ecke mit dir, ja. Wir sind mit Mokarroni, Alter. Aber ich frag mich, wo es zu dieser Frau geht, Dengel. Ich hab alle wieder daneben gemacht, Dengel. Dachte ich, soll ich mir auf Muffin oder so drauf, Dengel? Deswegen werden Intelligenz oder so reingeballert. Davon hab ich auch nicht viel, Dengel. 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 Ja, da sind alle unten. Lol, du bist noch nicht bei der gewesen. Bei wem? Bei wem? Nein, nein, nein. Kannst du auch so? Die hat doch völlig geilen Füße, denke ich. Ja, man steckt die Maträder auf. Ja, eins muss ich auf den Hebel machen. Was hast du nochmal gemacht jetzt für ein Passwort? D-S-3, klein geschrieben. Muss ich alle Hebel machen oder reicht der hier? Ich hab keine Ahnung, Alter. So was weiß ich nicht mehr. Hätte ich einfach getötet, Digga. Ich weiß nicht. Jetzt wird er gegen den Schritt gekämpft, oder? Und manchmal auch schnell so. Schnell den Hebel. Okay, und wie ging der hier gut? Okay, und wie ging der hier gut? Der guckt einfach zu, der denkt so, jo, Alter. War ein geiler Kampf, ey. Fick mich. Boah. Hast du alle Riesen aufgemacht? Ich hab, was? Ich hab beide Riesen gemacht. Haben die keinen Dinger nicht abgefuckt? Äh, der Riese hat sich um die gekümmert. Der hat immer getreten und so. Können sterben die gar nicht. Aber sie haben schon abgefuckt, aber er war jetzt nicht so schlimm, weißt du? So, hier müsste doch jetzt noch der andere... Uh, der ist tot, ne? Dann, warte mal. Ne. Hat schon erledigt. Der kommt später, ne? Ich red jetzt mit der und dann steht der hinter mir oder so. Ich weiß es doch, Alter. Oh, der hält ab aus, der Riese, ne? Also... Was lag denn hier? Die Rüstung, ne? Die Stache-Rüstung. Jo, genau. Komm, ich will mit, äh... No, end's dead, Alter. Hau ich eine Stunde mit Schaden verpasst. Wiss ich jetzt, du, keinem Scooter? Ich spreche. Alle leben noch, ne? Ich bin schon scheiße von dem, ne? Halt beitreten, ja, warum nicht? Ich glaub, schon da oben bist bei der, Alter. Da ist der Finger, Alter. Ja, Mann, da ist der Fuß, Leute. Seht ihr denn? Aus den Ändern, Attribute neu zuweisen. Ja, Mann, das konnte man machen. Guck dir die Füße an, Alter. Wie groß die sind, ey? Leiche Zunge liegt hier auch nur auf der, ne? Wisch... So, ich mein, der stand doch jetzt hier beim Ausgang, aber... Wir sehen ihn nicht. Sehen sie's nicht. Keine Not, äh... Egal, wir teleportieren uns erstmal weg, dann wieder... Ah, da liegt doch eigentlich auch die Rüstung von Kirk, ne? Ja, die liegt auch da. Ja, wir haben schon alles im Blick, einer von früher, ja. Ja, Mann, man weiß das noch, ne? Da pisse ich heute. Achso, der Aufzug schon, ne? Aber was geht ab? Guckst du wieder den Besten zu? Was mit CSB einmal, ne? Da hast du noch nen Wann? Hä? Ja, ich... Da war kein Schalter, Digga. Ich seh hier kein Schalter. Irgendwie war das mit dem Schalter, ja. Da war kein Schalter gesehen, Alter. Irgendwie... Oder du hast es für immer verkackt, wahrscheinlich. War von Glück, ey. Weil der ist noch hier, Alter. Was machst du hier? Ich hab kein... Oh, jetzt muss ich wieder runtergehen. Das zackt noch Balls, Alter. Okay. Wann ist der? Wie lange noch? Hast du nen neuen? Der zählt neun, Digga. Der hat doch nen neuen bekommen, Alter. Ah, hab ich das nicht erzählt? Der ist richtig vital, Alter. Der hat gezockt, und dann war der so schlecht, dass er rausgeschmissen wurde. Und dann hat der einen Bann für sieben Tage gekriegt. Die haben dann geschrieben, der wurde zu oft rausgeschmissen. Mega geil. Wann, Alter. Ich glaube, ich muss einmal das Auge benutzen. Um diese Questline vorzusetzen oder so. War das nicht so? Irgendwas war da. Aber das soll jetzt nicht unser Problem sein. Wir testen nämlich jetzt gleich erstmal. Noah, du hast den Boss schon gemacht, ne? Ja, ja. Hast du dein Zeichen davor gelegt? Ja, ja, ja. Wir öffnen, Digga. Okay. Ich glaube, du kannst nur hier... Auf der richtigen Seite kannst du nur... Hurensohn, Digga. Was heißt die Tür? Dieses große Tor da. Hier ist kein Hebel dafür. Age of Mythology, Sucht. Okay. Vier Tage noch, Alter. LOL. Also die große Mauer, die kannst du... Nur von der anderen Seite hoch machen. Ich weiß nicht mehr, was es da für einen Trick gab, um die hochzumachen. Von wo denn? Also von der richtigen Seite, wenn du rüber gegangen wärst. Da ist ein Hebel. Hieß doch ein Hebel, oder nicht? Also es ist nur für den Aufzug. Okay, ja. Ja, geh mal hier vor dem Bossraum. Okay. 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 Was ist da vor? Ich komm nicht. Ich würd gern alles klären, aber dieser fucking... Schlag ihn doch! Alter! Ich glaub's nicht! Holy shit, Alter. Es ist einfach... Alter, ich sterbe hier noch! Weil das einfach getarded ist mit diesen beschissenen Priestern, Alter. Da ist der Freund auch noch wach geworden. so macht man das, Alter. So macht man das, Alter. Das ist... Dann kannst du mal was machen, oder willst du nur abwählen? Die stehen aber auch da vorne weg, die sind so ein bisschen zu sehen. Sichtbarkeit der Rufsymbole uneingeschränkt. Kann man das einstellen, oder? Sichtbarkeit des Rufsymbole uneingeschränkt, musst du einstellen. Eingeschränkt eigentlich steht. Uneingeschränkt? Also ich habe Spielesuche 1, DS3, Sichtbarkeit uneingeschränkt. Sichtbarkeit des Rufsymbole uneingeschränkt, machen wir so. Dann hat der gesagt, guck mal, ob das klappt. Okay, dann leg's mal da auf die Treppe, bevor man ankommt. Ja, hab ich gemacht. Ich hab's genau dahinter gestellt. So, genau ganz oben. So, genau ganz oben. Hier. Anri von Astora? Ne, da ist ne Schwanz. Genau dahinter. Genau hinter dir muss das liegen. Hier. Hau bis der Stunde. Hinter den anderen muss das einsteigen liegen. Unten liegt noch eins. Ja, das ist ne Schwanz. Das kann doch nicht sein, dass ich andere Leute sehe, aber genau dich nicht, Alter. Was sagt ihr dazu? So wie Tade tut er nicht. Ich hab jetzt mal da unten hingelegt. Poker, deads me? Wer? Hier? Megan, bist du? Komm. Können wir rein, Alter. Was, wenn ich jetzt noch den Finger gehirne, Alter? Ja, und so. Aber wieso sieht der denn Poker, wenn's Poker ist, und mich nicht? Bist du krass für das Spiel, oder? Was? Okay, dann... Also, ein anderes Zeichen sehe ich halt nicht, obwohl ich den Finger auch benutzt hab. Dann lass mal reingehen. Dann musst du auch einen Streik unter dir legen. Ja. Das ist halt typisch, ne? Wenn wir Dark so zusammenspielen wollen, geht das nicht. Weißt du? Das ist einfach mit Tat, Alter. Okay, mach mal den Boss. Ich guck mal, ob ich... Keine Ahnung, ich muss halt da irgendwie zu der Frau da oben kommen, oder? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Was? Oh, ne Fette Bohrensohn. Ist das der Fitte? Mach ich mir falsch weg, schon. Jo, der Dicke Hölle. Stirb! Papst! Dank für die Hilfe! Du bist aber schon tot, oder? Ja, wir haben dich schon gekillt. Ja, der ist ja easy. Er kommt echt nix. Wir sind einfach krass. Hier ist der Papst, nimm mal seine Klammern weg. Ja, der Boss ist sehr einfach, weil man weiß, wie der geht, vielleicht. Lorie, ne? Ah, ich glaube, das war bei NG Plus, dass da was läuft. Jetzt mach ich es aber wieder runter, das macht keinen Sinn. Okay, damit haben wir den ganzen Abschnitt hier erledigt, ne? Ich weiß nicht, ich guck nochmal bei Rosarias Schlaf gemacht, weil... Ich meine, der Typ war da. ... 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 Schreibt den mal gerade so, komm Wie komm ich denn da jetzt dahin, Alter? Das zackt auf Balls, Mann Okay So Leute, ich bin mal gerade kurz weg Bist du gleich Bis 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 gleich Bisぐ Bis gerade Bis unten Bis Vielen Dank. 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 Noa, bist du da? Ja. Okay. 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 Goodbye. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Okay. 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 was ist denn dein letztes bondfeuer daniel? mein letztes bondfeuer? weiß ich nicht auswendig fahrhundfest ist jetzt das aktuelle wo ich hin muss das ist gar kein new game plus, also gar kein, das allererster ja genau, wir haben einen komplett neuen charakter angefangen so, mein gärtner ist gerade da, ich weiß nicht ob der nochmal mit mir sprechen will ich glaube schon, ein Augenblick ähm, ne ist nicht das erste playthrough, der hat ja, ich glaub der hat noch zwei andere charaktere oder so 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 bei mir ist das halt das neueste und bei denen kann das halt bei new gun plus 2 so ja 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 Der ist gerade AFK und du kannst es gleich mal mit dem probieren. Ich muss nur kurz meinen Treiber aktualisieren. Ich denke, der braucht nur 5 Minuten, 10 Minuten, er redet nur kurz um den Nachbarn. Ich denke, der braucht nur kurz um den Nachbarn. Ich denke, der braucht nur kurz um den Nachbarn. Ich denke, der braucht nur kurz um den Nachbarn. Ich denke, der braucht nur kurz um den Nachbarn. Ich denke, der braucht nur kurz um den Nachbarn. Ich denke, der braucht nur kurz um den Nachbarn. Ich denke, der braucht nur kurz um den Nachbarn. Ich denke, der braucht nur kurz um den Nachbarn. Ich denke, der braucht nur kurz um den Nachbarn. Ich denke, der braucht nur kurz um den Nachbarn. Ich denke, der braucht nur kurz um den Nachbarn. Ich denke, der braucht nur kurz um den Nachbarn. Ich denke, der braucht nur kurz um den Nachbarn. Ich denke, der braucht nur kurz um den Nachbarn. Ich denke, der braucht nur kurz um den Nachbarn. Ich denke, der braucht nur kurz um den Nachbarn. Und ich denke, der braucht nur kurz um den Nachbarn. Ich denke, der braucht nur kurz um den Nachbarn. Oder wie gesagt, ich bin jetzt irgendwie so glücklich. Und er kommt trotzdem. Bitte, liebe Mama, lasst mich am Nebel, ich will den Kodi... So, wieder da. Hast du von dem geredet? Von dem? Jetzt. Äh, ja. Also es kann auch sein, dass du... Dass das Sehen denn von allen Chars übernommen ist und das, wenn du den... Okay, ich hab' reingestärkt. Leute! Freiheit! Freiheit! Oh, shit, ey. Das ist lächerlich. Soll ich denn hier rauskommen? Gar nicht mehr, Leute, gar nicht mehr. Okay. So, ich zeig' euch erstmal hier meine ganzen... So. Genau, also hier da. Easy peasy. Das ist natürlich auch unrelevant, dann jetzt erstmal. Das ist unrelevant. Dann hier bin ich bei Farron Feste zuerst. Und hier bei... Rosaria ist Schlaf gemacht zuerst. Kann euch auch mal im Hauptmenü... Äh... Warte mal kurz bei Farron Feste. Was? Ja, genau. Ich warte jetzt gleich bei Farron Feste. Ich zeig' denen nur meine anderen Charakter noch. Weil ich weiß das nicht mehr auswendig. Ich weiß auch nicht, ob das die... Und der hat überhaupt noch welche sind. Zum Beispiel laden. Weil du hätt's gesagt. Zwei Stück. Ich hab einen 197er Stufe und einen 229er noch. Jo, Alter, hier 51 Stunden, hier 105 Stunden, Alter. Nee, irgendwie... Äh... Gar keine Sucht, Alter. Okay. Ich warte jetzt mal. Ich mach mal Glut und dann... Galadriel. Na klar, Alter. Ja, ich hab glaub meinen neuen Treiber und so, ne? Labern, ich hab ja schon mal zusammen gezockt, Alter. Ja, ich bin halt... Veteraner, Alter. Ich bin zu krass. Äh, nee, ich hab keinen Discord. Wir sind doch O2 und benutzen. T... äh, TS. Ähm, Dark Souls 2 Discord Server? Nope. So, soll ich dich hier einmal beschwören, oder was? Das Problem ist, ich muss jetzt auch eigentlich ein bisschen weiter arbeiten. Aber... Der Stufe läuft gerade so besser. 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 Ich arbeite mal grad ein bisschen nebenher, ja. Ich muss auch noch um 2... Ja, um 2 kann sein, dass da der Stream vorbei ist. Dass wir vielleicht dann nochmal in einer Stunde oder so mit Escape von Tarkov online kommen, aber Dark Souls dann erstmal vorbei ist. Weil ich muss dann auch mal kurz weg... Du musst noch dein Passwort ändern, ne? LK... LK... Hab ich gemacht. Na, komm doch direkt das Zeichen. Nur warum kann sich dein Zeichen nicht? Hier, das bist du, oder? Phantom... Dancer auf... ...unfickbarkeit. Der ist vielleicht am... Am was krass denn liegen, alter bei mir? Siehst du denn andere Leute? Also kannst du generelle Leute beschwören, nur? Warte, der soll mal... Lass mal sein Zeichen da liegen, ich geh jetzt auch hin. Ich geh jetzt auch hin. Doch, ich hab jetzt beschworen, alter. Ja... Jawoll. Jetzt wurde es grad gesagt, dass, alter. Wo ist das? Untoten der Festen? Oder sowas, ne? Äh, Pharon-Feste. Untoten der Feste, alter. Alles klar. Alter... Guck, das funktioniert einwandfrei. Das kann doch nicht sein. Und das Level dürfte ja eigentlich kein Problem sein. Der UCL ist ja schon High-Level, alter. Ja, der, okay, dann lass mal... ...durchchatsen, oder wenn der jetzt schon mal hin ist. Der UCL ist nur zum Inwäden vom Point eigentlich. Achso, okay, der hat... Den, der wird 42. Den, der wird 42. Was hab ich? 43, deswegen, nur... Was hast du? Du warst 50. Was denn, Stufe, oder? Ja. Wir sind Stufe 60. Ja, aber es sind ja keine 20 Level, ne? Sollte, ja. Ich könnte ja nur sagen. Ja, Problem, Problem. Wo hab ich meine Sehung gelassen, oder? Ich hab's heute... Connection Error, Lull. Der ist weg. Ja, du bist 41. Connection Error. Ja, mit Passwort ist es doch egal, Digga. Ja, genau, mit Passwort sollte es nicht egal sein. Dann wirst... Du wirst ja dann sowieso runtergestuft. Guck mal, äh... Leg mal nochmal dein Zeichen hier zum Fahr- und Festen. Oh, krass. Das war's Passwort nochmal, ILK, oder so, ne? Ja, ILK, genau. Jetzt werd ich bestimmt wieder entwetet, ne? Ich muss schnell zu meinen Seelen, Alter. Gott, hier kämpft jemand draußen, Digga. Hallo? Jemand da? Oh, fuck. Das war da hinten in der Ecke, oder? Nicht da jemand, Alter. Shit, Alter. Hast keinen Bock gegen den zu kämpfen. Sind wir cool, Alter? Sind wir cool? Ja, okay. Nein, wir sind nicht cool, ne? Wir laufen hinterher, ne? Hey, Digga, ich sehe das Zeug nicht. Aber wo... Dann liegt das ja an mir. Aber wo dann... Kannst du denn liegen? Alter, will der nur greifen? Kannst du kämpfen, Alter? Oder können wir nur greifen, ne? Ja, wir hatten jetzt ILK nur das Testpasswort genommen. Shit, Alter. Fuck, welche Richtung war er denn? Fucking... Da lang, ne? Also, ich konnte eben nur so NPCs rufen. In der Zeit, wo du das versuchst zu klären, suche ich meine... Seelenkreis. Ich weiß nicht, wie die sind, so amelden. Da hinten, ne? Oh, Mann, ey! Oh, Mann, ey! Oh, Mann, ey! Äh, bei mir ist noch... Äh, ich muss noch die Tänzer rücken. Ja, die Tänzer haben wir schon noch nicht gemacht. Aber du hast schon den ersten Fürsten gemacht, ne? Ja, ich hab schon den ersten Fürsten gemacht, ne? Ja, ich hab schon den ersten Fürsten gemacht. Hoffmann kommt für. Äh, ja, getriggert hab ich die auch schon. Ich hab die auch schon ein paar Mal versucht, aber die nervt halt hardcore. Hehehe. Ist eigentlich cool, ne? Ja, lecker, zweite Phase krieg ich halt den Schinnen, Alter. Meine fucking Seelen. Hey, okay, dann geh ich mal da. Guck mal, er legt sein Zeichen vor vor. Oh, das war ja nur 5.000 Ehr. Ich hasse halt diese Wichser zu machen, ey. Ja, ist wieder einer eingefallen. Gelbfinger, heiße. Das ist einfach wie Tarte da, wie viele hier in diesem Sumpf kämpfen, ey. Das ist doch eine Drecksgegend. Was wollt ihr hier? Das war gut, das hätte ich gerne. Mpc, ach so. Geil, schau mir trotzdem lieber mal das Bonfire. Er legst das da vor den... Vor dem Bossraum vom Forten. Ja, ich hab auch geloopt. Warte mal. So, alt geleistet. Das mach ich... Das mach ich gleich. Ich mach erstmal den Sumpf zu Ende. Yay, runter. Ich glaub, du hast einen Soft-Bun. Jo, Alter, der ist ja schon hier. Was denn ein Soft-Bun? Wie soll ich den denn bekommen hab? Na ja, das soll die... Das dreht rein, ich bin schon. Das ist ja richtig kein Dappen, Alter, der Typ. Jo, Alter, der war der Easy as fuck, Alter. Jo, Alter, der war der Easy as fuck, Alter. Für den Terrorist. Also, das ist ja die, die Schuld ist schuldig. Wird nicht... Wird nicht hier mit dem Weltitemshawk nienfalls auf sein? Ja, wenn du das machst und das dann Hacker war, hast du ein SoftBahn. Junge, du hast damals voll viele Items aufgehoben, ne? Ah, also ich hab mir auch was gedroppt früher, ne? Ja, aber du hast so 99.000 Seelen gedroppt bei der Arm. Ne, keine Ahnung. Ein Beispiel, ich bin nicht sicher, ob SoftBahn nur ein Charakter-Bahn war oder nur ein temporärer, nicht ganz sicher. Ja. Alter, ich stücke mir halt voll die Musik. Kann den... Der soll schon mal einen neuen Charakter anfangen, oder? Der wird ja eh hier gespeichert dann. Jetzt bin ich hier durchgelatschen, hab diese ganzen Scheiß-Feuer nicht angemacht. Ich hier Otto... Der, der Stream, wo soll ich mein Zeichen platzieren? Ähm... Äh, ja... Wir können uns da hier Fahrungsfeste dann untertreffen hier, wo wir uns eben... Wo war das hier? Fahrungsfeste, war das? Jo. Treff uns, Fahrungsfeste und dann... Zerstören im Löschverblenden. LOL. Okay, ich geh wieder zurück. No problemo, Maximo. Jetzt auch scheiße, dass ich meine andere Charaktere hier sind, ne? Google mal wegen SoftBahn. Also Ruin der Feste. Ja, ja, hast du gemacht. Ich bleib jetzt bei Ruin der Feste, leider. Komm mal dahin, ich, äh... Arbeite in der Zeit, bis ich dein Zeichen sehe. Bin ich... ähm... gekindelt? Ja. Okay, hier müsstest du doch dein Zeichen hinsetzen können, oder? Juu�... Juuush. Juuush. Ja, guck, das taucht direkt auf bei ihm das Zeichen. Ich habe gerade einen neuen Char. Ja, aber der war ja auch neu. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, müssen wir mal googeln, ob das irgendwie SoftBahn-mäßig ist. Ja, ich habe da auch geguckt. Hier steht halt nur, wenn ich irgendwie Items aufgehoben habe von Hacker. Hier steht halt, remove any cheated item. Back up all your safes. And remove them from your safe direction. Start up in new character. Wait until the SoftBahn 1 apparently has passed. Ich sehe es nicht mehr, ob da irgendwie eine Warnung ist oder so. Okay. Das ist aber doof. Das ist aber doof. Ja, du musst ja eben noch den Boss machen, also... Guck ich mal. Das Ding ist, da müsste ich ja eigentlich gleich auch invaden können, ne? Weil, du hast ja alles gemacht. Äh, okay. Okay? So, sorry. Ja, und wo war jetzt, äh, das letzte Feuer? Ja. Oh, direkt noch ne kleine. Ist das schon offen? Warst du schon bei dem Wolf? Bei dem Wolf oben war ich ja, ich hab da die Gegend noch nicht gemacht. Ähm... Also du kannst ja beim Wolf oben gucken, was noch leuchtet, was noch brennt, die Türme. Weißt du, die sind. Einer fehlt mir auf jeden Fall noch. Ich mein, ich bin damals immer hier runter gegangen, gesehen, ah, es fehlt noch einer, dann bin ich irgendwo rechts lang gegangen. Hier geht auch gerade rechts lang. Wo ist denn das letzte Feuer gewesen? Wir können doch mal diese dicken Wichser da machen. Lass mal die dicken Wichser machen, Alter, komm. Du bist doch strong, Alter. Wir haben jetzt die Zeit. Weil irgendwo stand einer, das weiß ich noch, da sind zu dritt. Oh, ich shit, Alter, das hat reingehauen. Der ist aber nix drin, okay. Er ist aber nix drin, okay. Rassido! Rassido! Na, da kommen wir nix drin. Achso, der wird hier noch. Oh, ich shit, die facken den Ohr, schien da noch da, Mensch! Das war aber nicht. Lass mal hier, okay, nicht. Ich glaub, da war das letzte Feuer, das Wichser. Ja, hier ist das, okay. Ist auch noch ein Item. Okay. Ich mach das mal gerade aus hier. Ja, aber nur, das ist doch... Das ist auf jeden Fall nervig, muss ich sagen. Den Dämon beim Wolf? Ja, können wir machen. Damit wir die komplett abgeschlossen haben. Aber hier neben so'n Vater noch mehr, oder nicht? Da sind noch so drei Wichser um so'n Zweig rum oder so gewesen. Ich bin dauernd diesen weißen Funk. Oh, Shit. Oh, Shit. Oh, da wollte ich schon am Rahmen, Alter. Okay, war das hier die Richtung? Das war doch hier, oder? Ja, hier, siehst du? Und dann kam hier doch auch noch ein NPC, oder war das der den Schick gemacht hat? Oh, du hast die Seele erledigt. Oh, gund ihr dead. Geep her, geep her, geep her. So, hast du schon gebt, oh, gund ihr gemacht, oder was? Ah, das ist ja eh. Was ist das hier? Nice, nice, nice. Alles gemacht hier. Bitch, ey. Wie kam er jetzt nochmal da hoch? War das später? War das hier nachher? Okay, dann lassen wir uns zur Leiter. Ja, das war dann später. Hier kommen wir zu dem Wichser rein, da will ich nicht rein. Lassen wir uns zu der Leiter gehen. Muss die Leiter, muss die Leiter leider. Vorher ist das Spannkantin. Machen wir schnell den Dill. Yola, yola. Deine Waffe ist nur plus 2. Ja komm, wenn er mit so einer dicken Waffe rumläuft, der braucht noch nicht plus 10 oder so. Muss auch noch das Item holen. Lass dich, lass dich, lass dich, lass dich Schnecke da, diese Echse mal nicht. Geben sie mir, ihr Schatz. Äh, warte mal, wo war die unsichtbare Wand hier, ne? Ja. Lass uns gehen. Lass uns gehen. Lass uns gehen. Easy peasy, Alter. First try oder was sagst du? boah, hat das Gesicht gestochen, das hat ja gar keine Chance gehabt ja, die Verbeugung natürlich lange großartig, alles am Start, später holen wir uns dann hier die Rüstung, war doch so wie hieß denn da mal der Motherfucker seit wann kann man Dark Souls zusammenspielen, Peter und Chris haben sich da immer bei irgendeinem getroffen und zusammen im Bildschirm so, ja, ja, man kann, okay, abwechseln ist halt auch funny, aber man konnte es auch immer koop spielen, das hat nur immer so viele, wie soll ich sagen, so Bedingungen, die man erfüllen muss das ist doch, das Ding ist, auch wenn du in den Patchnoten guckst, da steht, da ist geplant ein Update zu kommen, für Februar 2017 Dinge ja, okay oh, was mit deinem Nexler, nice ja, aber war das schon? das Update ok, easy, easy, weiter geht's da komm mir, du fucking Ex, Alter oh nein, watch out, hinter dir jo, wirft der mich halt an, Scheiße, was ist das denn? warte oben noch was, ich muss mal ganz drücken oh, hier war nix mehr lol dein ernst, Alter nice, Alter hast du den tot gesprungen? holy shit gerutscht, ja, ja, ja ab wann konnte man da nochmal von dem Dings die Rüstung abholen? boah, wie heißt der nochmal, der fette Typ, jeder kennt ihn dickste Rüstung äh ich weiß weiß nicht, du meinst der das volles krasses Schwert hat, der ist one-hitted und so äh, nicht Schwert, der hat nen Drachenzahn als Waffe oder sowas, ja genau, das ist ähm oh mein Gott, Digga der mit diesen, ähm, vierkirchen Helm mäßig, ne? ja, der, genau ich hab vergessen wie der heißt, Alter, der ist in jedem fucking Teil dabei Have, genau ja, Mann alles vergessen, Alter ist der Fick immer noch da oben, ich glaube, ich muss ihn mal invaden, damit er weggeht, ne? aber erstmal aber erstmal Level Up May the flames guide you doch hier durchgekommen, Alter wir fressen alle Seelen, außer die der Bosse obwohl ich nicht alle ein- ach, ich werd trotzdem meine Waffen gezogen, das ist ja immer das gleiche oder ich behalte die einfach, keine Ahnung aber die 3000 hätte ich gar nicht gebraucht belastend, Leute, belastend ja wir treffen uns dann Ruinen der Feste jung schlag du erstmal zu, Alter, what the fuck, Mann ähm, wenn, nachdem du mich beschwunden hast, warte mal kurz okay ich hab mir nen Döner mitgebracht fang mich bin ich auf jeden Fall dafür und da ist doch dein Zeichen sexy okay warte nochmal hier, Spawnfall, Digga wie gesagt, ich muss zwischendurch immer ein bisschen arbeiten so ist das in der Corona-Zeit, ne? zocken und arbeiten gleichzeitig und meine Arbeit ist leider nicht das Streaming das wär mega nice äh, ach jaja, das ist ja joh ich bin Döner hä, lol hat's nicht geklappt, oder was? weißt du es geht es geht ach da liegt das, sorry, hab ich nicht gesehen 10 Glut ja, nice, Alter dankeschön, Alter waren wir hier 10 Glut Prösterchen, ne? okay, dann würde ich sagen gehen wir mal zum Fürsten, oder? wicken wir den Fürsten den Arsch, ey oder hatten wir noch was zu erledigen? lol, da links ist das hat er noch mehr? ja, der Buahi, Mann immer bester Supporter hier, alter ja, ha, ha, ha 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 ja, ha, ha 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 ich will mir grad grad die restlichen Etems hier holen Eigentlich wollte ich keinen 100% Run machen, aber wenn du es siehst, weißt du, dann musst du da hin. Jo, da ist ne Krabbe? Warte mal, war da immer schon ne Krabbe? Ich sehe nix, Alter. Ah, der Steak hat gar nix. Oh, ich steche selber. Toll, der Waffen wegkriegt hinter mir, Bitch. Dank für die Rettung, ne. Wie ist dieser verdammte Bauer, ne? Aber ich mein, hier waren doch damals drei von den Großen, haben wir das mal geändert? Äh, ich hab das Spiel vor einem Jahr oder so geschaut. Seelen gedroppt? Uuuu... Also, Roma hab ich grad nur einen Sack gesehen, aber ich geh mal sofort gucken. Hier gab's doch noch irgendwo... Gab's noch irgendwo ein Rüstungsteil, das weiß ich noch. Lass mich weitergehen. Gab's irgendwo... Du, das scheiße. Ich mein, das war nicht im... Ich mein, das war nicht im... Ist der Blitzwichter? da sind die da liegt das alles klar ist zurückzukehren was für ein dreckser keiner das war eine absicht ich kämpfe nicht gegen die da sind so drei ja genau wir können ja gerade aber aber ich muss erst mal ich muss erst mal gucken ob der hier oben seine sägen gelassen hat Okay, komm her, bro. Oh, ja. Oh, tut mir leid, aber das ist dein Ende. obligatorische klatschen aber sehen sich hier keine ich warte bis der beschworen ist und derzeit arbeite ich wieder ein bisschen problematisch ich würde gerne noch den fürsten machen bevor ich den stream beende also ich bin jetzt vor dem boss um wieder gewinnen kann ich hier beschwören und dann gehen wir runter noch den schwert meister holen und dann ficken wir hier alle und dann gehen wir den boss machen erlebt er ist alles sieht gut aus band ich noch eine albert er ist mit brandbombe gegen kopf das gefällt ich habe die sehen und nein vielen vielen dank für den support hier meines charakters ich weiß gar nicht wie er heißt der karte jose eines großmeisters jetzt haust aber auf die kacke aber die nämlich gleiche die kann ich nicht okay dass wir zum fürsten gehen wird der hier hochgeboostet dinge aber sehen als meisters auch noch das gibt keine 50k oder was der dreck geboostet hat das sind meine mpc ist fertig die schade die schade die schade die schade die schade bis jetzt wieder mit einem normalen charakter genau hier war der ah ich bin so ein retarder hier war der okay wir machen das so wir gehen einfach zum firsten das ding ich habe jetzt dich gerufen jetzt kann ich anscheinend nicht anderen rufen egal komm mit was machst du mit dir gefahren wurde das schwertdreck getrockten ist genau und hier würden wir noch die anderen materialien holen wo ich eben nicht dran kam ich habe echt ein bisschen was vergessen das habe ich alles gemacht die ganzen quest lines und ich weiß mittlerweile fast gar nichts mehr den wir kennt jeder immer schon rechts lang gehen kannst du es alle in den Arsch ficken man hört dich schon kämpfen da drinnen richtig geil man fickt noch den schwarzen ritter hier das ist halt kein thema ne dann geh du auf einen ich geh auf einen dann lass uns doch den schwarzen ritter machen da vorne die schwarze ritter hat gar keinen bock ja wie viele trocken die leute was ist denn los die ganze zeit diese grasklinge warum ich bin dem eid doch nur beigetreten ist das nicht das dafür für den eid jetzt wird's geil leider ja man aber ich gucke mir auch das video an komm reif an typ einer ich weiß ich alleine macht man du hast ja ne ich hole nie wieder die löwen dritte hier dran holt der wohnsohn dinge so geil leider daxos 1 durchgespielt daxos 2 durchgespielt daxos 3 durchgespielt sekiro alter er ist mir tot der gar weil er da nicht wieder scheiß labert alter ist kein interessiert blatt wo leider habe ich leider keine place ich nur beim flur habe ich das gespielt gegen wen ist jetzt gestorben nur 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 Lappen Jo, Alter, direkt zweite Phase, Alter, das ging aber schnell, ey. So, Alter, das ging aber schnell, ey. Jetzt geht's ab, Alter. Jo, ich war da schon hinter dir. Hä? Okay. Da war's doch schon bewegt, Leute. Ich verbeuge mich. Wie gesagt, wir sind eventuell heute nochmal mit dem Stream, dann aber mit EFT. Okay. Ähm. Ah, jetzt noch ein... Ja, danke schön, dass du dann auch noch subscribed hast, ne. Richtig geil. Hat Bock gemacht. Gerne dann wieder, wenn wir wieder mit Dark Souls Online sind. Haut rein! Ja. 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 Ja.